Dieser Ford C-Max steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem blauen fünftürigen Wind Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 21.000 Kilometern. Die Erstanmeldung bei Ende 2014. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 140 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,5 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 18.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.